Noch strengere Corona-Regeln In Deutschland gibt es immer noch viele Menschen, die sich mit dem Coronavirus anstecken. Viele sterben auch daran. Deshalb haben die Bundesregierung und die Bundesländer beschlossen, es soll in den nächsten Wochen noch strengere Regeln für alle geben. An Weihnachten und über Silvester und Neujahr waren etwas weniger Corona-Fälle gemeldet worden. Das lag daran, dass es weniger Corona-Tests gab und die Gesundheitsämter geschlossen waren. Doch die Infektionszahlen sind immer noch sehr hoch. Zuletzt wurden mehr als 26.000 Corona-Infektionen pro Tag gemeldet. Mehr als 1.000 Menschen sind an einem Tag durch eine Corona-Infektion gestorben. Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder haben sich darum wieder getroffen. Nach langen Beratungen haben sie die neuen Regeln beschlossen. Die Regeln gelten erst einmal bis Ende Januar. Dann soll es wieder ein Treffen geben. Es gelten strengere Regeln für Treffen. Es darf sich nur noch ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen. Es gibt keine Ausnahmen mehr für Kinder unter 14 Jahren. Diese Regeln gelten auch für draußen. In Städten und Landkreisen, in denen es besonders viele Ansteckungen gibt, gelten noch strengere Regeln. Man darf sich nur noch höchstens 15 Kilometer von seinem Wohnort wegbewegen. Ausnahmen gibt es für den Weg zur Arbeit oder zum Arzt. Viele Schulen bleiben bis Ende Januar geschlossen. Die meisten Schülerinnen und Schüler machen Unterricht zu Hause. Die Bundesländer können selbst entscheiden, ob sie die Schulen öffnen oder nicht.